Ja, liebe Freunde, es ist soweit. Wir sind beim Letzsick-Kampf des heutigen Wends. Es wird ein Mixed-Marshal-Art-Kampf bis 93 Kilogramm. Wir begrüßen in der blauen Ecke vom Team Serbia Miralem Ahmeti 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 Sein Gegner heute im letzten Kampf, in der Rotnecke vom Austrian MMA Team, begrüßen wir gemeinsam Thomas Burger! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Geh'n um die Welt, sieh'n, lauf'n es, sieh'n Ein, hier kommt die Sonne. Zwei, hier kommt die Sonne. Sie ist der letzte Stempfer, denn sieh'n. Hier kommt die Sonne. Die Sonne scheint mir aus den Händen, der Verbrechen kann euch blenden. Wenn sie auf den Fäusten bricht, sie sich alles auf das Gesicht. Sie ist der letzte Stempfer, sie ist der letzte Stempfer, die Stempfer, die Stempfer, und die Welt, sieh'n, lauf'n es, sieh'n. Aller, die Geh'n um die Sonne, den탄erm dikkatii 그�iver. Hier kommt die Sonne. Wie viele Wochen Welcome nach시 cats. Wie viele Wochen sind die Stempfer noch also? Ja, wie viele Wochen sind die Z- und aus auch. Wie viele Wochen sind die Zistema nicht der україн gemacht? Wir können und die T- und aus auf und auf, anche wenn dies ist die Stempfer immer noch tenth아uf'n. Wie viele Wochen sind die Stempfer, Und das alles ihre daute ist. Wie viele Wochen sind die Stempfer, Wir kommen für die Sonne, und sie ist der höchste Stern von allen. Wir kommen für die Sonne, wir kommen für die Sonne. Wir kommen für die Sonne, wir kommen für die Sonne, wir kommen für die Sonne. Bereit? Bereit? Ja. Es war im Moment zu treu절. Ab kann ich wollen, ab und ab und ab und mouse! Anno! 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 Das war wieder Freiburgs, ey! Das war die Eintalk! 2x3! Gib das! Geht aus! Anno! Geht aus! 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 Applaus Yo, it's so cool Und wir gewinnen das letzte Kampf, die erste Runde durch Aufgabe vom Austrian MMA Academy, Thomas Burger! Und wir gewinnen das letzte Kampf, die erste Runde durch die Kräfte, die erste Runde durch Aufgabe vom Austrian MMA Academy, Thomas Burger!